Und ich habe jetzt gerade einen Lerncoach absolviert und ich bin total begeistert von der Atmosphäre da, wie die Stimmung da ist. Es ist einfach so toll. Ich bin Lehrerin und habe für meinen Beruf so viel mitnehmen können, aber auch für mein Privatleben, für meine Familie. So viel Wertvolles und ich bin einfach total begeistert. Vielen Dank.